Sellerie-Schnitzel mit Kartoffeln und Dip-Gemüse ist mein Schnitzel und bei diesem würzigen Veggie-Klassiker wird garantiert niemand Fleisch vermissen. Das Geheimnis, Mandelmehl, Parmesan und Paniermehl sorgen für eine große goldgelbe Knusperhöhle. Eins für den Dip-Creme-Freiche Quarkkräuter und Knoblauchöl, gut verrühren. Die Creme mit Essig sowie Salz und Pfeffer würzen. Nach Belieben noch etwas Essig und eine Prise Zucker hinzufügen, um den Geschmack zu intensivieren. Zwei in einem großen Topf elf Salzwasser aufkochen. Den Sellerie schälen und in etwa ein halb Zentimeter dicke Scheiben schneiden, diese nach Belieben nochmals halbieren. Im kochenden Salzwasser etwa fünf Minuten bis fest garen, mit dem Schaumlöffel herausheben und auf einem Küchentuch abtropfen lassen. Das Kochwasser beiseite stellen. Drei inzwischen die Kartoffeln in der Schale waschen. Das Sellerie-Kochwasser wieder aufkochen und die Kartoffeln darin etwa 20 Minuten bis fest garen. Dann abgießen und kurz ausdampfen lassen. Vier währenddessen die Selleriescheiben vollständig trocken tupfen und leicht mit Salz und Pfeffer würzen. Auf drei tiefen Tellern die Mandeln das verquirlte Ei und den Parmesan mit Paniermehl gemischt verteilen. Fünf in einer großen Pfanne zwei Esslöffel Butterschmalz erhitzen. Die Selleriescheiben zuerst im Mandelmehl wenden, dann durch das Ei ziehen und zuletzt mit der Parmesan-Mischung panieren. Die Panade fest andrücken und die Scheiben im Butterschmalz bei mittlerer Hitze auf beiden Seiten goldbraun backen. Die Sellerieschnitzel mit den Kartoffeln in der Schale und dem Dip anrichten. Anstatt sie mit einem Kräuterdip zu servieren, können Sie die Selleriescheiben auch mit den Kräutern panieren. Dafür einfach das Mandelmehl durch die gehackten Kräuter ersetzen und die Selleriescheiben darin wenden. Statt des Dips dann puren Schmand dazu servieren. Auch lecker vorgegarte Kohlrabi statt Selleriescheiben als Veggie-Schnitzel panieren. Kohlrabi statt Selleriescheiben.